Was gibt's? Die coolsten Serien am Wochenende, nur in Sat.1. Richtig. Heartbreak High. Sie sind so süß. Raumschiff Enterprise. Oh mein Gott, das geheime Klicklzeichen. Baywatch. Deep Space Nine. Volltreffer. MacGyver. Air America. Clueless. Sabrina. Und VIP. Das Wochenende in Sat.1. Das musst du gesehen haben. RAN. Sat.1 Sport. Ein Genuss mit Bex. Jetzt in RAN Sat.1 Sport. Klitschko 2000. Wladimirs Traum von der WM-Kräume. MAGA 2000. Felix träumt von der Eintracht-Rettung. Tiger 2000. Darius Traum vom K.O. gegen Rocky. Klinsmann 2000. Jürgen träumt von der Trainerbank. RAN Sat.1 Sport. Heute mit Monika Lierhaus. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Dankeschön. Dankeschön. Und herzlich willkommen zur ersten RAN-Sendung im neuen Jahr. 60 Minuten Sport vom Feinsten erwarten Sie. Der Europameister im Schwergewicht. Wladimir Klitschko. Der ist auch schon da. Vor seinem Walk-in hier ins Studio. Werden wir uns erstmal einem anderen Boxthema zuwenden. Was heißt anderem? Dem Boxthema der Woche. Rocky gegen Tiger. Darauf haben wir lange gewartet. Auf diese Revanche. Dreieinhalb Jahre, um genau zu sein. Doch nun ist es endlich soweit. Am 14., am 15. April sollen die beiden wieder gemeinsam in den Ring steigen. Tom Scheunemann mit Ein-, Aus- und Rückblicken zum Kampf des Jahres.